Am 28.07.2023 gegen 18.15 Uhr wurde die Berufsverwehr Bonn zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Tacos alarmiert. Beeintreffend stellte sich heraus, dass im ersten Obergeschoss Essen auf dem Herden gebrannt war, sodass der Einsatz schnell beendet werden konnte. Im Einsatz waren der B-Dienst, die durch Anhalt 1 und ein Fahrzeug des Ordnungsamtes von der gemeinsamen Anlaufstelle Bonn-Innenstadt. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, weil ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.